Sehr gut, dann machen wir da ein bisschen was, dann spielen wir ein bisschen, Leute, Hogwarts Legacy. Ich habe immer noch meinen Husten, der schlimmer geworden ist. Okay. Okay. Ein bisschen nachschauen. Das passt. Kann ich das hier hinpacken? Ja, das passt. Gut. Schreibe ich mal kurz was? Chat wird angezeigt. Wird auch anders angezeigt? Ja, wird auch angezeigt. Gut. Dann, Leute. Das blende ich besser aus diesmal. Ja. Ich lasse den Chat mal aus. Gut. Gut. Dann starten wir gleich rein, oder? Ich werde wieder nicht so viel quatschen, weil ich krank bin. Aber ist ja egal. Let's go. Los geht's. Funktioniert mein Controller nicht? Ah, weil ich zuerst reinklicken muss. So. Jetzt. Gut. Wir mussten hier rein. Zur Lady. Da oben ist was. Reveilion. Reveilion. Sprechen. Okay, Schlossknacken kann ich noch nicht. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Fee deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Vielseitig. Hm. Okay. Jo. Gehen wir da zu Fuß hin? Ich glaube schon. Ich muss mich hier noch ein bisschen umsehen. Der kreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Habe ich hier schon? Reveilion. Hm. Egal. Let's go. Schöne Musik. Ich frage mich, wenn wir hier frei rumlaufen können. Wenn wir das erste Mal so richtig auf Gegner treffen. Hä? Oje? Du pricksier Maul. Hat dir des Partner erlaubt in dem Jägerschüssel, aus der ich streckte, mein Haupt. Solange es mal eine Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leib. Bitte, Peeves. Ich bin spät dran. Mich aufhalten, das wollte Rancorous Carve. In eine volle Mich locken, in einen gläsernen Sarg. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Ich zahle mich zu ansehnliche Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Von ihr, nicht von ihm, kam diese Zusage. Ein Bad pro Woche, wenn ich mich betrage. Wui. Das zahle ich dir heim. Okay. Okay. Okay, das Bad ist verschlossen. Da ist was. Schön. Da? Aha. Okay. Das ist hier cool da oben. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Yo. Äh, Feuer. Wollte ich noch das anschauen. Reveglio. Protego. Achio. Nee. Repare. Levioso. Levioso. Das war's. Ich bin ein guter Magier. Alter. Wenn das Ding runterkracht. Kann ich dir helfen? Nee, danke. Ah, zu ihm muss ich. Okay. Sebastian meint. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellier-Club. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Das wäre ich gern. Okay. 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 Mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreiber. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du eine Partnerin mit, oder du machst es allein. Na? Willst du es mal versuchen? Ja, ich trete an. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Okay, let's go. Jetzt gibt's gleich... Fight. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Ich bin jetzt gerade nicht drin. Okay. Okay. Luma. Gringo. Regioso. Akhir. Regioso. Luma. Regioso. Regioso. Malabrengo. Explosio. Akhir. Akhir. Luma. Regioso. Protego. Luma. Akhir. Das war es mit meiner Wette. Akhir. Bebade. Libioso. �os. besiegt ah Mist aber er lebt ihr noch das sah schmerzhaft aus noch eine Runde nein danke vielleicht später wie du meinst ich muss das ein bisschen lernen ich habe jetzt einfach drauf losgespammt dafür lief das ganz gut muss ich das machen jetzt ja komm hallo Lucan ich wollte über die gekreuzten Stäbe sprechen sie an wer wieder da ist willst du es noch mal versuchen ja ja ich trete an das sollte ich muss aufleveln sonst geht es ja nicht weiter das wirst du ganz sicher noch drücke ja 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 das ist ja 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 Der Zauberstab! Regioso! 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 Easy peasy. Beim zweiten Mal. Schade, dass nicht mehr Leute zusehen können. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Hm? Ich bin ein Schade. Ich bin ein Schade. Aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. Okay. Da kann ich noch nicht hin. Okay. Was ist das mit ihm oder was? Sprich mit... Nee. Äh. Äh. Ah, gekreuzte Stäbe. Das ist auch das. Ja komm, mach ich das. Mit den komischen Perlen. Okay. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Vielleicht passiert hier noch unterwegs irgendetwas. Das ist ja hier so riesig. Ganz hoch. Alter. Sind da nicht die Schlafzimmer? Hier war ich schon mal. Sieht cool aus. Da würde ich auch gerne hin. Das habe ich ja schon, oder? Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Da steht da so ein Ding. Okay. Das ist so eine Statue. Das ist schon sehr weit oben. Alter, ich kriege hier die Grieße so hoch oben. Das ist hier so eine Tür. Wir sind gleich ganz oben. Ich würde hier sterben. Hallo. Wie schön Sie zu sehen. Hallo. Jetzt gehe ich immer noch weiter. Rebellion. Okay. Alter. Da ist was. Hm. Das weiß ich auch nicht mehr weiter. Rebellion. Rebellion. Da drin. Hier muss was sein. Äh, hallo? Da. Spannend. Rebellion. Hier ist noch irgendwas in der Nähe. Da draußen. Das da. Spannend. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, ob ich Steine finde. Wo finde ich diese Steine? Da. Da. Kriege ich nicht. Ah, Akio. Okay. Fliegt einfach vorbei. Okay. Auf der Suche nach den Steinen. Und jetzt im Keller, oder wie? Warte kurz. Wenn ich hier... Reißen. Dann brauche ich nicht ganz so lange. Auch wenn es spannend ist, hier durch die Gegend zu laufen. Hier ist irgendwo... Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Wenn ich mir eine... So wäre es Besen. Mr. Hill ist immer hilfsbereit. Die drei Wesen sind mir lieber als der Überkommst. Revelium. Hm. Wir haben Glück. 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 Hauptschluss. Wir haben Glück. Wir haben Glück. Das hier. Okay. Wo könnte ich hier... Die geidralische Schlüsse sind zurück. Genial, oder? Hier wird es... Hier wird es nicht sein. Hier war was. Ist es das? Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. An hohen Orten. Oh, das ist wieder so eine Statue. Livioso. Livioso. Revelium. Da. Achio. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Hm. Hm. Protego. Nee. Okay. Let's go. Nächster... Stein. Ich bin noch... Zu niedrig levelig. Ich muss aufsteigen. geh raus. Hm. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Jo, krass, ne? Alter. Wenn man das gewohnt ist, dann, glaube ich, geht das. Einfach so die Treppen. Auf die Treppen laufen. Wieso ist das jetzt wieder hier oben? Will die mich verarschen? Wirklich jetzt? Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Reveillon. Da. Achio. Reveillon. Noch mehr? Hier entlang? Es ist ein Krampf, oder? Diese Steine zu finden. Wie viele sind denn das? Oh Gott. Immer so ein bisschen Angst runterzufallen. Aber kriege ich Fall Damage? Oh Gott. Wenn da einer mal schneller ist als die Treppen. Und das ist auch nicht Energieeffizienz. Energieeffizienz. Ich laufe hier eigentlich nur durch die Gegend, ne? Hier runter, hier hoch. Jetzt geht es hier wirklich hoch. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Reveillon. Reveillon. Achio. Okay. Aber was ist das jetzt hier? Das interessiert mich. Reveillon. Reveillon. Okay. Sonst nichts? Wirklich? Das ist aber richtig cool hier. Hm. Nee. Sonst ist hier nichts. Aber dass die da jetzt mal rauf muss, finde ich ein bisschen... Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Zwei Stück noch. Das scheint nicht so weit weg zu sein. Das kann ich wahrscheinlich so. Ah, hier. Perfekt. Der ist da. Schnellreißer. Habe ich jetzt die Mission abgebrochen? Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Bin ich genau da? Okay. Geißer. Achio. Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Perfekt. Dann gehe ich zu ihr. Es ist schon dunkel. Muss ich nicht langsam mal ins Bett? Ist hier in die Schule. So ein bisschen düster bei Nacht. Ja, sie war hier irgendwo. Da drüben steht sie. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Hallo Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Natürlich. Ich glaube, ich behalte sie. Natürlich. Es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Da fällt mir ein, obwohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe. Großartige Idee, ja. Das war ganz schön anstrengend, sie wiederzuholen. Jetzt spielen sie bestimmt mit. Gute Idee. Ja, nicht wahr? Oh, wir werden so viel Spaß miteinander haben, wenn all die Verlierer besprüht werden. Und ich nicht. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Ja, ich wünsch dir Glück. Okay. Ich kann das immer noch nicht machen. Du musst den Feuer... Ah, okay. Dann verfolge ich besser das. Ich dachte, ich brauche da irgendwie... Schön nachlaufen. Ach, schöne Musik. So. Das sieht nicht gut aus hier, aber okay. Schon ziemlich düster jetzt. Hm? Ja, da...